sehr schön muss ich sagen also ich mag sowieso die starten sehr gerne die menschen sind so sehr sehr herzlich und sehr sehr nett wir haben auf jeden fall eine schöne zeit ja momentan geht es mir ganz gut ich habe jetzt morgen noch mal den finalen test so dass ich ein paar flugbälle spiele und hoffe dass das immer noch gut ist dann hi my name is jeff roach i'm from california i came here to austin texas to watch my uh favorite soccer team cologne hier brought this in blake in stuttgart tomorrow we traveled to germany in 2012 and went to cologne as one of our cities and i just fell in love with the city loved every second there i wake up in the morning to watch them i wouldn't miss it it's 6 30 in the morning in california during the games and i haven't missed i haven't missed game yet i watch them every single morning yeah i think it's just that it's a nice for like-minded people from the states and germany to get together and and really celebrate our clubs and and just have a good time i'm here to have a good time ja habe ich auch nicht mit gerechnet muss ich sagen ich dachte dass nicht so viele kommen wird bestimmt ein cooles event ein cooles spiel und ja das das bringen wir noch über die bühne und danach glaube ich haben wir ein bisschen freizeit hier ja i have a special gift for you oh my god okay wow thank you so much appreciate it wow that's incredible for this mask yeah i got this on ebay my buddy got this one yeah and my favorite player for years that's awesome nice it's good to meet you welcome to our american friends as well from all over the country we're happy to have you here we're very we're happy to have you here we're happy to have you here are you here it's us very happy to have you there is a great feeling on that i know we're there at the top of the top of the top of the top of the mountain which is always happy that the 1st fc köln is particularly Fans hat, die eine unglaubliche Empathie und viele Gefühle für diesen Verein haben und die auch zeigen. Wir sehen jedes Wochenende, um das Team hier zu kommen und um das Team in person zu sehen zu können und mit Baumgaard zu sprechen, mit allen Spielern und dem Team zu sprechen. Es kann nicht in Wörtern sein, wie viel das für uns bedeutet. Es ist unglaublich. Es ist eine gute Atmosphäre, die Fans, sowohl die Deutschen wie die Amerikanischen, verstehen sich ziemlich gut. Es ist klar, die haben ein Thema, den 1. FC Köln und ich freue mich hier zu sein. Obwohl wir in Amerika bleiben, unser Herz für den FC Köln ist sehr groß. Es ist unser liebster Mannschaft und wir lieben Köln und wir lieben den FC.